Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute möchte ich euch ein meiner Meinung nach echt total cooles Case für euer Samsung Galaxy S3 etwas genauer vorstellen. Und zwar dieses Case hier im Style eines alten Gameboys. Ich persönlich fand es einfach total lustig und fühlte mich da irgendwie gleich an meine eigene Kindheit erinnert. Ich erzähle gar nicht viel, sondern lege das Galaxy S3 gleich mal hier rein. Das flutscht natürlich problemlos hier rein. Das Case ist ganz normal aus Gummi, wie all diese etwas günstigeren Cases. Ja, das Case bekommt man schon für circa 5 Euro. Und zumindest bei dieser Version hier wurde sehr, sehr viel Wert auf diverse Details gelegt. Also ich habe auch andere gefunden, aber wenn ihr mal hier hinschaut, steht da schön Nintendo Gameboy. Schön in diesem originalen Schriftzug. Ich habe auch ein anderes gesehen. Da stand anstatt Gameboy iProtect Case. Oder man hat hier oben einfach dieses Batteriezeichen hier vergessen. Also da hat man hier echt viel Wert auf Details gelegt. Ihr seht alle Knöpfe. Also ja, es sieht vom Design her echt aus wie einer dieser alten Gameboys. Man hat den Lautsprechergrill hier nicht vergessen. Aber trotzdem habt ihr natürlich die typischen Aussparungen. Hier für die LED, für die Kamera, für den Lautsprecher. Hier oben für den 3,5 mm Klinkenanschluss, beziehungsweise das Mikro. Und unten natürlich auch für den Micro-USB-Anschluss und das zweite Mikrofon. Ja, auch die Knöpfe, wie zum Beispiel hier der Power-Button, haben trotz dem Case hier, trotz dieser Hülle, nach wie vor einen sehr, sehr guten Druckpunkt. Auch die Laut-Leiser-Wippe, also ihr seht es hier schon. Kann man sich echt nicht beschweren für 5 Euro. Ja, alle Aussparungen vorhanden. Und wir haben natürlich auch dieses typische Lay-on-the-Table-Design. Sprich, im Vergleich zum Display ist das Case auf der Vorderseite hier etwas erhöht. Sprich, wenn mein Galaxy S3 zum Beispiel mal runterfällt und direkt aufs Display fällt, wird ein schlimmerer Schaden begrenzt oder in den meisten Fällen sogar verhindert, da das Case das Ganze einfach irgendwie ein wenig abfedert. Also, klar, es ist definitiv nicht das schönste oder beste Case für euer Galaxy S3, aber ich persönlich fand es einfach echt total lustig. Und 5 Euro sind doch echt ein fairer Preis für dieses, ja, ich nenne es mal nostalgisch coole Case. In diesem Sinne war es das auch schon wieder von diesem kurzen Video. Einen Kauflink findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Vielleicht hat es ja dem einen oder anderen genauso gut gefallen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch ebenfalls gefallen. Bedanke mich bei euch wie immer fürs Zuschauen und sage Tschau, bis zum nächsten Mal.